Du 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 Mhhh Ha! Spiel wegen! Zurück zur memory card! Wo den memory card? Zurück zur memory card! Spiel an! Boah! Ich spiel... Ah, fuck, ah, mmhm! Ah, lucky! Das muss doch von vorne anfangen Das Abenteuer geht weiter. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Wartefolge von Spiro. Oh mein Gott, der Kacktache. Spiro der Kacktache. Ab. Alter, diese Wormo-Kombo. Misty Bock. War es nicht das? Ja, es war das. Ach Gott, ich habe keinen Bock auf diese Welt. Lecker. Diese. Gawem. I can put a trap. I can put a trap music. Alter, nee, bitte nicht. Oh Gott. Das war knapp. Burn. Burn. Es gibt hier so viele Löffel, die einfach nur scheiße sind. Joko kann ich nicht. Oh mein Gott, nicht die Frösche. Oh, bitte nicht. Ey, Kamera, bitte. Nein, fick dich Frosch. Ich bin fast tot. Äh. Nein. Das geht. Das geht, Freunde. Ähm. Ne, habt ihr mich vermisst? Nein. Oh. Geschafft. Oh. Kann sich auch anstellen. Hä? Wie sagt mir das hier? Wetterling ist? Nein. Nur ein One-Up. Äh, unnötig. Ich brauche keine One-Ups. Ich brauche einfach nur Schmetterlings. Oh nee, ich habe so nicht leben und kein König. Ich bin Dings einsam und richtig. Ich brauche nicht. Ich habe gerade mal einen der tausend Frösche, die es hier gibt, überlebt. so ein großer feuerball jugend irgendwie viel wir erwischen alle so geil und das übersehen schicken ich habe es erwischt ich kenne von orgasmus warum so viele frische nein es ist ja war ich nein nein wirklich oh ne woher wo ne an dem daneben die monat ist auch monat ich hab noch x gedrückt x volt ist gut naja das ist echt nicht gelohnt also habe ich plus minus nur gemacht dass etwas schon mit am kb nein du bist toll und als gar nichts gebrachtes mit einem den wir bekommen bin ich werde sie wahrscheinlich nach einem anderen eliminieren und wird es nicht zu knapp am dass ich so vorsichtig bin aber ich will nicht mehr nicht noch mal hopper oh mein gott ein nein 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 mein ich wollte wollt jetzt noch du aber daimon und so Sooo Und, komm ich von dir aus? Ich bin tot Okay, ich muss halt echt gucken, wohin ich von dir aus komme Und, ich glaube bis dahin Also, ich komme bis dahin, okay, nice Gut, dann war der Tod komplett justus Achso, der habe ich ja nicht, noch nicht getötet Gut, dann geht es jetzt weiter Okay Ich habe schon mal einen der 1000, äh, einen der zwei ekelhaften Stellen hier geschafft Jetzt müsste eigentlich die nächste kommen, wo auch so viele Frische sind Nee, 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 doch nicht Cram Easy Easy money Jawohl So ist das geil Danke, dass du mich befreit hast Danke, dass du mich befreit hast Kein Ding, Bro Mach ich das gerne Du, Hinsul, ich habe erstmal gegen den anderen gefeitet, du Bastard Ich werde dich, Alter Digga Tschüss Du wichst, Alter Ich will jetzt mal dir einen töten, bevor ich dich töte Mein Gefresse Das kann doch nicht wahr sein, Alter Scheiße, Mann Mach doch mal die Augen auf Ja, Sola 2.0 Kann doch nicht wahr sein, Alter Scheiß, Kamera Ah Oh, hey Ich werde die Spanne übersehen Und da wäre das Gehäuse groß Au Bubba 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 Ich werde dir sagen, was du mit diesen Viehchen machst Zerquetsch sie, Spyro Zerstampf sie Und zerquetsch sie Und zerquetsch sie Und zerquetsch sie Äh, warum stoße ich sie nicht einfach um Und fackel sie ab Schließlich sind wir Drachen Auf plate Kappa Kippo Ich mag den Jungen Und wie ihm fehlt nur einer 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 Wenn es wird halt ziemlich knapp Okay, ich habe mich schon irgendwo übersehen Oh Gott, ich muss da hinfliegen Was? Das werde ich nicht überleben Oh Gott, ich habe es überlebt Ne, nicht auch so Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein, bitte nicht Ich habe doch gar kein Leben mehr Wie viele habe ich übersehen? Die letzten zwei Gut Oh, die Kamera Oh Au Hui Au Eh, eh, eh Ach das Ja ja und doch alle drachen er wolle weiter jetzt perfekt ab nach hause und ich kann es so klar die feuer machen aber es will ich nicht vorher machen jetzt muss jetzt muss ich das machen gott stehe mir bei also ich stehe mir bei aber nicht toll nicht toll 6700 ja 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 und dann auch noch ohne spaß ich glaube sollte ein besuch beginnt ich beginne jetzt auch einfach so sieht das animation verpiss dich warum konnte ich nicht schütten auto und erstmal schluss übersehen was ich finde es war eine ecke es ist jetzt nicht so absolut lief loll ist beim und Let's go Ich schau nicht, schau nicht, schau nicht ich hoffe es ich habe sie sehr will und das ist eine scheiße das weiß kacke ist schützer angesammelt gut er ist dran geschafft das war ein toller flug danke nein genau meine meinung genau meine meinung so ist der nächste es gibt zwei von denen ja das war absoluten flawless ich weiß nicht wohin ich muss und das ist anfangs so gut ich habe erstmal einsammeln so ein bisschen ich will erst mal schwere machen du wix wollt du arschficker du bastard du missgeburt du hohn kobold wiii 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 so weiter geht's nicht mal das level nicht du bastard die märz von auf hätte die jetzt bestimmt übersehen wie erst mal diesen bereich hier und sich mehr her muss muss ich muss noch mal hier her also scheiß auf stop stop nachgedeutscht das ist doch ne 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 außer was hat er gesprintet es muss wieder es muss wieder zurücklaufen ich wisse wohin ich muss wahrscheinlich massieren oder so ich weiß es nicht ich will jetzt mal den schweren machen und jetzt am missing oder was ist viel lang oh mein gott oh mein gott ich habe schwere in diesen der wirtschaft ok jetzt kann jetzt kann ich nur auf exploren aufgehen alles einsam was geht wie ich habe hier oben etwas vergessen das war einfach nur pures glück diesmal so alter geil so sollte es eigentlich immer ablaufen so schön alles durchsuchen so schön alles durchsuchen warum warum habe ich gerade den super schwund bekommen schade das ist nicht lange hielt alter ist das geil aber so ein geiles gefühl schon mal die hälfte ist das zu schaffen das kann jetzt sein ist komplett schlechten weg gemacht haben aber das ist sowas von werfen das ist jetzt so viel zeit verschwinden aufwechsen und nun den kreis als einzuholen aber ich habe schon mal schwere geschafft das worauf ich angst hatte die ganze zeit mag es nicht mag es wirklich nicht alter wir kommen halt echt gut voran dafür dass selber eigentlich so scheiße ist die baumgipfel reicht ein einziger super sprint nicht aus schade ja das ja das ja das ja das ja das nichts gut das ist gut dass sie viele wollen ob es gibt what the fuck stürp stürp alter ist jetzt echt gut so jetzt den anderen weg gehen und dann sollten wir nicht alles haben wie auch immer ich immer in den super schritten hier bekomme ich akzeptiere sein was ist eigentlich hätte ich das 12 oder niedrig das ist auch nicht freifeln nehmen kann ich bin von wohners herrinnen kommen so meist gut und muss jetzt gut nicht dass jetzt daran mangelt dass wir nicht alles bekommen weil ich zu schnell war gerade groß fest ja da go speedy 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 konzales aber ich habe schon zweimal diesen schock gebracht isaac wenn du vom ende einer super sprintrampe springst kannst du es weit bringen ich hab's im griff klinge scheiße ultimativ heiße bitte nicht daneben bitte nicht daneben und haben wir das ganze geschafft auch alles machen wir haben es geschafft ich glaube ich kann Armin wui 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 die wirst du gut ich mich gerade fühle ich mache noch in diesem hat noch ein level das flug und heißt das weiter nein 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 wie heißt das wild flight gut es ist gut an 25 und was fang ich an weiß es nicht was soll ich anfangen ich bin überfordert überfordert mich doch nicht einfach rot 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 ok die boote und jetzt weiß es doch nicht wie sie und wird ein boot was ist ich habe komplett scheiße mein gott und es so schlecht ist jetzt im boot hinterher ich bin zu sie beginnt gut flugzeug kein einziges flugzeug gesehen und ob es da okay und ich schreibe schon wieder ein einziges brot hinterher und glücklich ist nicht so weit da ist ein kinder ich muss wissen komplett scheiß angefangen und sollte auch gegen den strom fliegen nicht mit dem strom schweiz mainstream gott gott spielte habe ich die scheiße gespielt oh gott da gibt es mir zu wenig ich habe es am ende verkackt ich habe es am ende verkackt ich habe es am ende das heißt ich heiße so so fliegt ein auto was hat nein oh mein gott wieder gesucht und wir fliegen diesen und schon wieder das ist schwierig gut konzentration konzentration egal ob flicks oder alles was sie brauchen ist der baff dieses bau und sehr dämlich ist so wie man nicht käme wie dieses spiel denkst du ich werde zu viel nur der rahmen ist das ziel mann der dauer der karte hier die verlieferung sobald ich höre mir auf den leistungs eine frage die noch bleibt woher gehst du in meinen weint gut sie hat vergessen dass man schaut macht fliegt nein ich habe nichts gedrückt ein fresser das kann noch nicht wahr sein alter was mache ich gerade du machst spaghetti von mir ich würde ich würde es noch in diesem part machen ich würde es noch in diesem part schaffen einer oh mein gott es halt echt knapp nein ich bin zu weit nach unten geflogen nach die zwei daumen plus zwei was mache ich denn so treetops läuft gut und die lange worauf ich mich freu laufen konnte scheiße jetzt auf einmal oder was das ist ja bevor ich angst hatte dass ich da lange brauche ich habe ich so locker easy und ist wo ich spaß dran habe die ich am meisten mag die verkack ich hart echt traurig das auch traurig noch trauriger ich werde ich aufgeben ich werde schaffen egaler belief in the heart of the cock also Ich hab nicht erwischt ich erwischt so auf das hier im online ist ja anstatt einfach sachen zu machen mach ich sie nicht es wäre zu einfach aber wenn man ja sachen schafft dann sind sie ja schon vorbei wollte gerade ein der manöver machen die man hat aber der hat es nicht gemacht weil ich so weit nach um war ich komme jetzt noch nicht mal zu den flugsäumen mein fresser kann noch mal weil dauern ich glaube ich sollte mich einfach konzentrieren und aufhören wir den ganzen schwagetti er kriegt noch Okay, das läuft schon mal gut. Was ist der letzte Flugzeug? Ja, jawohl. GG. Neuer Rekord, neuer Versuch? Nee, bitte nicht. Das reicht mir aus. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sind zu der nächsten. Bis dann. Ciao.